Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge des Hohentagebuchs. Ich bin hier heute bei schlechtem Wetter hergefahren, um die Kleinen mal wieder zu besuchen und ja, ich zeige euch einfach mal, wie es Ihnen heute so geht. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich Nico mal wieder ein bisschen putzen könnte oder einfach ein bisschen Zeit mit ihm verbringen, aber die Fohlen hatten es irgendwie geschafft, ihn einzusperren. Also er war drin, da sind andere Fohlen draußen und sie haben die Tür irgendwie, ja, so bearbeitet, dass Nico nicht mehr rauskam. Er hat mich dann befreit, aber er war dann einfach total mies drauf und wollte seine Ruhe haben und deswegen wurde das nichts mit dem Putzen. Ja, toll. Ja, 141 würde ich sagen. Wie süße. Ja, ich nehme meine Nase weg. Ja, 141 vielleicht. Na Zwerg, wenn du freundlich bist, wirst du auch gemessen. Bist du freundlich? Nein, ist er nicht. Hey! Ich will es essen. Ja, du kannst. 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 1,45 würde ich sagen. Wie viel? 1,46. Hast du bald kein Pony mehr? Man hat hier wirklich ununterbrochen eine Fohlennase im Gesicht. Ja. Jetzt nicht. Vorführeffekt. Ja. 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 Du kannst ihn mal hinten. Da soll er angeblich schon 1,50 sein. Nein! Bei weitem nicht. Auch 1,46. Dich auch? Ja. Du bist nur 1,50. Du bist nur 1,50. Die ist hinter der 1,50. Also. Die vordere Hälfte ist ein Pony. Die hintere Hälfte ist schon ein Pferd. und die Nase ist kuschelig. Die Nase ist ein Hühnchen commercially. Irgendwie versteht sie nicht, dass es beim物体buch um Niko geht. Ne違. Ja du bist wie Schatz. Was ist heute zu langmeilig. Und da ist schon wieder die Kanatie nach. Ah, Nico! Bist du jetzt netter? Ich habe in dem Moment Aufnahme gedrückt. Ich hoffe, das steigen wir. Was macht die da? Kastanien abknüpfen. Es sollte wohl auf jeden Fall doch gesagt sein, dass das natürlich nicht immer so matschig ist. Über den Winter konnte man halt nur nichts machen, weil alles gefroren war. Das wird aber auf jeden Fall noch besser. Natürlich kommen die auch ganz viel auf die Weide. Nur heute sind sie da auch nicht, damit sie nicht zu doll rutschen und die Weide kaputt machen. Aber in der Regel gehen die schon raus. Bei dem Sauwetter bleiben wir auch gar nicht viel länger. Wir haben jetzt gesehen, es geht denen gut. Haben ein bisschen die Kleine geknuddelt. Nico halt weniger, weil der so miese Laune hat. Und jetzt fahren wir heim. Und ich hoffe, der kleine Einblick, wie es den beiden so geht, hat euch gefallen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.